Selle, Selle, wo bist du? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Okay, das ist die Mutter. Lauf nicht zu weit weg, Liebling. Aber ich will den Hund sehen, Mama. Kannst du ihn nicht hören? Warte doch einfach, bis Papa hier ist, okay? Er wird jeden Moment da sein. Aber ich will ihn unbedingt sehen. Bitte, bitte darf ich den Hund streicheln gehen? Na gut, Selle, warte noch einen Augenblick. Ich hole noch meine Handtasche. Dann gehen wir gemeinsam. Juhu, ich warte dort drüben bei den Bäumen. Meint der das jetzt mit Bäume? Kann ich hier endlos weit laufen? Okay, endlos weit nicht. Sein Gesicht sieht irgendwie nicht gut aus. Was ist denn jetzt los? Okay. Okay. Mrs. Sanderson? Danke nochmal, dass du mir mit der Toilette hilfst. Kein Problem, Mrs. Sanderson. Ich bringe das in Nullkummer nichts wieder in Ordnung. Wunderbar. Normalerweise würde sich Hermann um so etwas selbst kümmern. Aber leider sind seine Finger wie Bananenschalen. Und du weißt ja, wie leicht man auf denen ausrutscht. Ich verstehe. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Larry. Das Badezimmer ist da drüben. Okay, das dachte ich mir jetzt schon, dass wir jetzt quasi die Erinnerung von Larry haben. Mit ihr reden können wir nicht. Hier ist gar keine Toilette. Oh. Hat mich das Klo gerade gefressen? Kann das sein? Öh. Der ist ein Auge. Raufklettern. Öh. Was bist du denn? Oh Gott. Du da. Bitte. Hilf mir. Was ist los? Das Wasser. Es hat aufgehört. So durstig. Keine Sorge. Ich weiß, wie ich das wieder hinkriege. Bitte. Beeil dich. Okay. Das muss ein Albtraum sein. Also, ich meine, es geht ja hier irgendwie um die Ponys und die tote Mrs. Anderson und... Oh, was ist das? Ein Schalter, der nicht funktioniert. Okay. Okay. Hier ist ein Schalter, der funktioniert. Der auch. Okay. Dann hoffen wir nur. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, ob der jetzt immer noch an ist hier. Ah. Es hat geklappt. Ähm. Okay. Das sieht... Das sieht jetzt irgendwie seltsam aus. Ich musste mal ein Screenshot machen. Das ist, äh, komisch. Da ist die Toilette. Aber da war links doch noch ein Auge. Da konnte ich jetzt gar nichts machen. Weiß ja nicht, ob ich mich da jetzt runterstürze. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay. Ansehen? Oh. Das ansehen. Ähm, ja. 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 Das ist schon irgendwie skurril. Sel, komm näher. Ich muss dir etwas zeigen. Oh. Ich weiß, dass du mein Pony berührt hast. Ich dachte, wir wären Freunde, Sel. Okay. Episode 2. Die Elenden. Alter, hast du immer noch diese Albträume? So schlimm waren sie nicht mehr seit damals, als meine Mutter gestorben ist. Ich sag dir, es liegt an diesem Haus. Irgendetwas stimmt damit nicht. Mann, das sagtest du jedes Mal, aber ich glaub dir nicht, dass du das Haus... Dass das Haus verflucht ist. Ich hab hier den Großteil meines Lebens verbracht und noch nie einen Geist gesehen. Aber... Aber was? Wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Ich muss dir was zeigen. Komm. 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 Wow. Wieso hast du mir noch nie davon erzählt? Hier komme ich hin, wenn ich alleine sein möchte. Es ist meine Festung der Einsamkeit. Cool. Das ist so geil. Ich wollte immer ein Baumhaus haben, wie ich jünger war. Das heißt aber, als Leute. Klar, mein Vater hat es für mich gebaut, bevor er verschwand. Moment, was? Was meinst du mit verschwand? An einem Tag ist er hier und alles ist in Ordnung und am nächsten Tag ist er einfach weg. Keine Nachricht, kein nichts. Und alle seine Sachen waren immer noch da. Seine Klamotten, seine Werkzeuge, seine Geldbörse, seinen Führerschein, alles. Und er ist einfach weg. Verdammt, tut mir echt leid, Larry. Ich weiß, wie schlimm das ist. Haben sich deine Eltern nicht verstanden? Nein, sie haben sich geliebt. Sie haben nie gestritten oder so. Es ist nicht so, wie es scheint. Papa hat uns nicht verlassen. Auch wenn Mama das glauben will. Ich weiß, dass er uns niemals einfach so verlassen würde. Er hat uns geliebt. Ich glaub's dir. Was glaubst du, ist passiert? Hör zu, du weißt, dass ich nicht abergläubig bin. Und ich weiß, dass du... Und Chuck schwört, dass es in den Wohnungen spukt. Aber... Naja, ich glaube, dass es etwas anderes ist. Und zwar? Ich hab das nicht vielen Leuten erzählt, aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, Sel. Du würdest nicht über mich richten. Niemals. Am Tag, bevor Papa verschwunden ist, hab ich etwas gemacht, worauf ich nicht unbedingt stolz bin. Wir hatten ein paar Böller zu Hause und meine Eltern haben oft gesagt, dass ich sie nicht nehmen soll. Nicht mit ihnen spielen soll. Aber die Versuchung war zu groß, Alter. Ich hab ein paar hinterm Haus angezündet und einer flog durch Mrs. Gibsons offenes Fenster. Hat ihr Kaninchen getötet? Ach Mann, das ist mies. Ja, ich schaue also zu Mrs. Gibson, ob alles okay ist und sie schreit nur wie eine Irre. Als ob ich noch einen Grund gebraucht hätte, dass mich die alte Hexe hasst. Trotzdem, ich hab mich schrecklich gefühlt. Das arme Kaninchen. Jedenfalls, als ich den Lift nach unten genommen hab, hab ich den Dämonen gesehen. Ähm. Er streckte die Hand nach mir aus und berührte mich. Ein Schauer ist mir über den Rücken gelaufen. Ich war starfer Schreckkumpel. Ich hab gedacht, ich dreh durch. Er war sofort wieder weg, wie die Türen sich geöffnet haben. Er hat mich verflucht, wegen dem, was ich angestellt hatte. Hat er mich verflucht. Nach dem, nach dem ging mein Leben nur noch den Bach runter. Okay. Äh, Papa ist verschwunden. Mama hat eine Zeit lang nicht mehr geredet. Ich war zwei Wochen im Knast, weil ich unabsichtlich das Kaninchen gekillt hatte. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Ich hab so oft in der Schule gefehlt, dass ich das alles im Sommer nachholen musste. Eine Katastrophe jagt die nächste. Seither sind wir, seither sind mir oder um mich herum nur schlechte Dinge passiert. Du glaubst also, dass dieser Fluch deinen Vater mitgenommen hat? Ich weiß, es klingt komisch, aber es ist wahr. Es ist alles meine Schuld. Papa, das Kaninchen, Mrs. Sanderson, einfach alles. Moment mal, Kumpel. Selbst wenn du verflucht bist oder so, kannst du dir doch nicht für alles, was passiert, die Schuld geben. Das ist nicht alles deine Schuld. Hm. Wie hat dieser Dämon ausgesehen? Wie nichts, das ich jemals zuvor gesehen habe. Wie ein beweglicher Schatten. Schwarz, neblig, in der Gestalt eines Mannes. Und die Augen waren das Schlimmste. Diese tiefroten Augen, die einen durchdringen. Ach du Scheiße. Was? Ich hab ihn auch gesehen. Ich hab deinen Dämonen gesehen. Du nimmst mich auf den Arm. Wann? Ich schwör's, er war im Gebäude. So wie du ihn beschrieben hast. Ich wette, das hängt auch mit den anderen Geistern zusammen. Ich weiß nicht, Alter. Vielleicht können wir diesen Fluch ja beseitigen. Und wie machen wir das? Vielleicht gibt es hier irgendwelche nützlichen Hinweise. Wir können versuchen, mehr über die Geister zu erfahren. Gehen wir der Sache auf den Grund. Klar, warum nicht? Ich hab nichts zu verlieren. Hm. Das ist komisch. Was ist das? Vor einiger Zeit habe ich dieses seltsame Gearboy-Steckmodul in der Kiste mit meinen Fundsachen gefunden. Ich glaube, es weist auf übernatürliche Aktivitäten hin. Das war eins der letzten Bilder, das wir gemacht haben. Kurz bevor er verschwunden ist. Hm. Ich sollte mich lieber noch etwas umsehen. Nichts Nützliches hier drin. Magazin über Natur. Larrys Vater ist wohl das genaue Gegenteil von meinem Vater. Die Zeitschriften sind von vor sechs Jahren oder noch länger her. Die helfen mir jetzt aber auch nicht weiter. Was ist denn sonst noch hier drin? Eine abgewetzte Lederjacke. In der Jackentasche befinden sich noch zwei alte Tickets von einem Konzert. Daher hat Larry vermutlich seinen Musikgeschmack. Was für eine nette Vater-Sohn-Aktivität. Ich glaube, ich habe mir noch nicht mal ein Konzert mit meinem Papa im Fernsehen angesehen. Geschweige denn, war mit ihm bei einem Live dabei. Eine seltsame kleine Kiste. Sie ist verschlossen. Was ist in der Box? Keine Ahnung, Mann. Sie hat meinen Vater gehört. Eine Art Puzzle oder sowas. Ich habe sie aber noch nie aufbekommen. Ich glaube, da fehlt ein Teil. Oh ja, stimmt. Das ist mir noch nie zuvor aufgefallen. Was dagegen, wenn ich sie mitnehme? Nein, kein Problem. Cool. Sag mir aber, wenn du sie aufbekommst. Natürlich. Die Trickbox hat mal Larrys Vater gehört. Ein Teil fehlt, also kann ich sie nicht öffnen. Okay. Folge Larry? Okay. Es wird langsam kalt. Wir sollten wieder reingehen. Ich warte nur auf dich. Okay. Ich werde mal schauen, was ich sonst noch finden kann. Klingt gut. Ich sollte hierbleiben und mich um meine Mutter kümmern. Sie ist ziemlich krank. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Wenn du was brauchst, lass es mich wissen. Danke, Sally. Ähm, okay. Das ist jetzt ein anderes Bild. Ich sollte Megan fragen, ob sie irgendwas über den Dämonen weiß. Ich hoffe, sie zeigt sich heute. Was ist diese komische, schrumpelige Alte? Oh, was ist das? Chuck, was machst du da? Hi Sally Face. Ich warte auf den Typen, der die Süßigkeiten nachfüllt. Der Samstag kann nicht ohne Schokolade beginnen. Ganz meine Meinung. Ich beginne das Wochenende am liebsten mit Videospielen und Cartoons. Hast du die neue Folge von Ricos heiße Braut gesehen? Klar, die war super. Ich liebe diese Sendung. Ich auch. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass sie deine Freundin ist, aber mir jagt sie immer noch einen Schrecken ein. Meistens bin ich ohnehin in meinem Zimmer. Schon mal einen Dämonen mit roten Augen gesehen? Was? Zum Teufel nein. Willst du, dass ich Albträume kriege? Man sieht sich. Bis später. Fundsachen. Ich brauche jetzt nichts davon. Okay. Ja. Dann fahren wir mal auf die vier. Äh. Siehst du was? Und was ziehst du dir rein, kleiner Freund? Auf jeden Fall irgendwelche Actionfilme. Ich wollte eigentlich zu der Frau, aber ich habe mich jetzt verklickt. Was aber trotzdem irgendwie ganz lustig gewesen ist. Ich glaube, die war hier, ne? Nee, Roberts Wohnung? Er ist nicht zu Hause. Warum ist jetzt hier eine Kamera? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwer wohnt. Wahrscheinlich sind sie ausgezogen, nachdem was nebenan passiert ist. Ja, dann geh doch einfach mal rein. Okay, dann gehen wir mal auf die drei. Ich weiß nicht, wo die Tussi war. Oh, hi, Sal. Was geht? Hallo, David. Hast du schon mal Geister gesehen? Klar, Alter. Der Geist der Vergangenheit sucht mich ständig heim. Ich kriege kaum ein Auge zu. So etwas wie der Geist eines Verstorbenen, der früher mal hier gewohnt hat? Sally, Hände weg von den Drogen. Glaub mir, du wirst es noch bereuen. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Wo ist deine Hose? Ach man, die ist immer noch in der Wäsche. Sarah wollte diese holen gehen. Aber dann haben wir uns verquatscht, verstehst du? Völlig die Zeit vergessen. Okay, bis später. Man sieht sich. Die ist noch in der Wäsche. Ich gehe jetzt mal einfach meinem Instinkt nach und schaue mal nach seiner Hose. Im Ernst? Wer lässt denn seine Klamotten hier? Okay. Instinkte sind nicht immer richtig? Sally Face! Larry Face! Na toll. Davids Wohnung? College Studenten? Sie scheinen sehr beschäftigt zu sein. Ich sollte sie besser nicht stören. Hä? Sind jetzt alles andere Leute eingezogen, oder wie? Chuck ist zu Hause. Chuck ist im Keller und seine Eltern arbeiten am Wochenende. Da ist niemand. Vielleicht sind ja oben die Renovierungsarbeiten jetzt zu Ende. Da könnte ich auch mal gucken. Trotz zu Hause. Ich störe ihn jetzt lieber nicht. Normalerweise gibt er am Wochenenden zu Hause Nachhilfe. Okay. Denen ist immer noch irgendwas Seltsames los. Die Leute, die hier gewohnt haben, sind ausgezogen nach dem, was mit Charlie passiert ist. Kann ich verstehen. Charlies frühere Wohnung? Ah, es wird hier irgendwie so komisch dunkel. Mann, da drin stinkt es immer noch. Da gehe ich bestimmt nicht rein. Okay. Dann müssen wir es mal auf der ersten Etage probieren. Jetzt der Ältesten kann man mit dem nochmal reden. Wie kann ich dir helfen, Sel? Wieso sind da neue Kameras? Haben du und dein Vater nicht die Einladung zur monatlichen Mieterversammlung erhalten? Dort wird normalerweise alles besprochen. Ähm. Oh, doch. Irgendwie haben wir, aber beide darauf vergessen. Aber beide drauf vergessen. Okay. Ist nicht weiter schlimm. Obwohl ich nur dazu raten kann, an den Versammlungen in Zukunft teilzunehmen, wenn dies möglich ist. Nur so bleiben alle am Laufenden. Was ist das für ein Deutsch? Wie dem auch sei. Um deine Frage zu beantworten. Ich habe das neue Überwachungssystem zur allgemeinen Sicherheit anbringen lassen. Die Geschehnisse der letzten Zeit haben die Mieter sehr beunruhigt. Ich hoffe, dass mit dieser Art Statement, State of the Art Security System in Place, everyone can feel more comfortable in the living arrangements. Hä? Jetzt verstehe ich es. Danke für die Information. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Zu Ihren Diensten. Haben Sie schon einmal einen Geist gesehen? Ach du meine Güte. Du willst mir doch nicht etwas sagen, dass es in meinem Haus spukt. Also scheint irgendwie der Vermieter wirklich zu sein. Das letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, sind umtriebige Geister, die mir die Mieter vertreiben. Es ist schwer genug, all bei Laune zu halten, oh Gott, während Lisa krank ist. Nein, nein, alles ist gut, Mr. Edison. Es ist alles in Ordnung. Ich habe nur, ähm, ich arbeite in einem Referat für die Schule. Ja, das ist alles. Puh, ich dachte einen Moment, dass mein Herz stehen bleiben würde. Der Stress wird mich nochmal umbringen. Machen Sie sich keinen Kopf. Sie machen das großartig. Zu liebens für dich, Sel. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Ich denke nicht, dass hier irgendjemand wohnt. Wer ist da? Ich bin Sel aus dem obersten Stock. Was möchtest du denn? Ich würde nur gerne mit Ihnen sprechen. Mit mir? Sehr gerne. Komm doch rein, die Tür ist offen. Hallo Sally. Was bringt so ein junges Mädchen dazu, eine alte Dame wie mich zu besuchen? Hallo Mrs. Rosenberg. Ich werde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn es in Ordnung ist. Frag nur, Kind. Mir ist nichts geblieben außer der Zeit. Ja, Zeit ist alles, was ich habe. Und selbst sie wird mir bald genommen sein. Oder vielleicht habe ich das alles nie richtig verstanden. Welch seltsames Konzept nicht war? Zeit. Wenn man so alleine sitzt, den Geist schweifen lässt. Sich fragt, was hinter dem Vorhang wartet. Je tiefer man sich in diese Gedanken stürzt, desto weniger Sinn macht diese Welt. Ja, Zeit ist ein Enigma. Oh, aber hör sich doch einer mein Gerede an. Es tut mir leid, liebe Sally. Du wolltest mich etwas fragen? Wie lange leben Sie schon hier? Lange. Wirklich lange. So genau weiß ich das nicht mehr. Mein alter Geist kann sich nicht mal einmal mehr daran erinnern, was gestern war. Ganz zu schweigen von der Vergangenheit. Ich fürchte, mein Ende naht. Bald schon werde ich zu Staub zerfallen und mein Geist wird eins mit der großen und unbekannten Leere. Eine Leere, die sich unser Geist nicht so recht vorstellen kann. Und glaub mir, ich habe es versucht. Ja, ein mächtiges, elendes Nichts. Oh, verzeih, Liebes. Ich bin wohl etwas abgeschweift. Was war nochmal deine Frage? Schon in Ordnung, Miss Rosenberg. Ich wollte wissen, wie lange Sie schon in den Edison Apartments leben. Weißt du, ich erinnere mich gut daran, wie die Edisons hergekommen sind, aus Übersee, um dieses Haus zu errichten. Eigentlich gehörte das Land meiner Familie, jedoch als einzige Erbin entschloss ich mich dazu, es zu verkaufen. Ich dachte, es würde nett sein, wieder etwas Gesellschaft zu haben. Jemanden, mit dem man die Qualen seines Seins teilen könnte. Ich war jung und sehnte mich nach einem Neuanfang. Was für ein dummes Mädchen ich doch war. Haben Sie es denn bereut, den Grund zu verkaufen? Wer solch ein langes Leben wie ich geführt hat, bereut vieles, mein Liebes. Obwohl schlussendlich alles bedeutungslos wird. Die Edisons. Was passierte mit den anderen? Leben Sie in einer Stadt? Sie sind fort. Fort? Die Zeit rafft uns alle hinfort, Sally. Der arme, kleine Terence ist der letzte, obwohl er sicher nicht mehr so klein ist, wie in meiner Erinnerung. Der kleine Junge mit den glitzernenden Augen und den Kopf voller Träume. Und sieh ihn dir jetzt an. Er verlässt niemals seine verfluchte Wohnung. Stimmt, warum sperrt er sich immer ein? Wenn du mich fragst, ist er ein wenig Meshuggah geworden, nachdem der Rest seiner Familie verstorben war. Der Junge war so strapaziert. Letztendlich begann er sich vor seinem eigenen Schatten zu fürchten. Terence verehrte seinen Vater und gab für ihn den Traum vom eigenen Teehaus auf, um die Apartments weiterführen zu können. Zunächst zog er sich nur häufig in seine Wohnung zurück, bis er sie eines Tages gar nicht mehr verließ. Ja, entgegen seiner fröhlichen Art, die er durch die Tür hinaus an den Tag legt, ist Terence Edison höchst schüchtern, geprägt von einem Leben voller Enttäuschungen. Aber sind wir das nicht alle, meine Liebe? Ja, ich denke, das sind wir. Haben sie schon mal einen Geist in diesem Haus gesehen? Geister? Warum in Gottes Namen zerbrichst du dir den Kopf über so etwas wie Geister? Sally, du bist ein so süßes, junges Mädchen und erinnerst mich an mich selbst in jungen Jahren. Ich denke, es ist ein Junge. Mach der lieben Altenrose eine Freude und genieß dein Leben so lange du kannst. Lass dich nicht von den Verlockungen des Todes und seinen Geheimnissen verschlingen. Ich weiß, ja, ja, die Versuchung ist groß und leicht wird man hineingezogen. Eigentlich könnte man sagen, dass wir alle Geister sind, die nur darauf warten, vom Diesseits ins Jenseits zu gelangen. Es liegt nur so eine feine Trennlinie zwischen der Existenz und dem Nichts. Mit unseren zerbrechlichen Knochen und zarten Hüllen könnte jeder Schritt unser letzter gewesen sein. Auf Wiedersehen. Ja, Mr. Gipsons Wohnung. Ich glaube, Mr. Gipson bringt mich um, wenn ich ihn noch mal... Hä? Ach, Mrs. Gipson bringt mich um, wenn ich sie noch mal störe. Das ist mir egal. Klopf doch einfach mal. Hm. Geht zum... Ach so, Megan in Raum 504. Oh, das hätte ich auch vorher gucken können. Ich würde mich jetzt bei mir sagen, wenn ihr noch mal störe. Okay. Mach es dir mal.